Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich befinde mich heute in Heimbach. Ich bin hier gerade ca. 2-3 Kilometer bergauf gelaufen und habe diese Aussicht hier zugelangen. Das Ganze ist so gefühlt der höchste Punkt, den es hier in Heimbach gibt. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut. Das müsste jetzt hier oben in der Ecke auftauchen. Und es würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Like da lasst. Und ich würde sagen, ich werde euch jetzt hier mal ein bisschen Impressionen schießen, die Aussicht zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ich befinde mich jetzt hier gerade wieder fast unten. Ich bin jetzt hier einiges bergab gegangen. Und ich werde jetzt hier euch einiges von Heimbach zeigen. Einmal hier einige Impressionen für euch zusammenstellen. Und ich würde sagen, los geht's in 3, 2, 1. Einen Wochenende. Und ich würde euch freuen, wenn ihr euch anschukt. Und ich würde euch anbel És cold. Wens пожrangen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.